Und was mit Edie? Ich habe keine Skeptikation, Lieutenant Adams. Ich habe mich besser mit der Serberus AI, Edie. Keine Entschuldigung. Keine Entschuldigung. So lange du deine Finger aus meinen Prozessor-Cognizant. In der Anfang, ich versucht, sie zu verabschieden, ohne mich zu entfernen. Viel zu sagen, als zu tun. Aber Joker war sie zu vertrauen. Und in Zeit, ich sah ihre Vorteile. Ich habe sogar sie gefühlt. Du möchtest sie? Geh auf, Adams. Aye, aye, Sir. Doch, Charles Presley, ich wollte schon sagen. Der muss aber auch drauf sein. Hier ist nichts. Mannschaftsquartiere. Und hier hat sich Fane immer aufgehalten. Ich glaube, hier hat Kasumi immer gechillt. Was sagt denn Liara? Commander Shepard. Es ist ein Freude zu sehen. Du bist der Drone von der Shadowbroker. Dr. Tosoni, jetzt meine ich als Glyph, instead of Infodrone, 95% der Zeit. Wenn Sie einen Moment haben, ich würde gerne Ihre Aufmerksamkeit zu einem Terminal in ihrem Büro. Es analysiert die Informationen. Wenn Sie irgendwelche Daten verwendet haben, kann ich für Sie recherchieren. Und was soll ich suchen? Ich werde Ihnen informieren, wenn Sie die Daten relevant finden finden. Wenn Sie da, zurück in diesem Terminal für Ihre Wahl. In der Zwischenzeit, Dr. Tosoni würde gerne mit Ihnen sprechen. Aufmerksamkeit. Ich habe Tisfer etwas. Es war weniger als Ideal. Ja, das ist ein Schocker. Die ganze Welt sind zu den Reapersen. Was mehr wird es dauern? Wer weiß. Vielleicht hat der Kanzel nur eine schwung, weil Shepard auf sie alle Jahre. Warte, Shepard hat was? Oh, Entschuldigung. Ich glaube, wir gehen durch ein kleines Schmerz. Hallo? 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 Ach ja. Haben die Proteaner es fertiggestellt? Haben die Proteaner es fertiggestellt? Sie haben die Proteaner es fertiggestellt? Sie sagen, es funktioniert? Sie würden nicht, dass sie ihre letzte Ressourcen in diese Geräte haben, wenn sie so gemacht haben. Aber wir müssen wirklich wissen, was sie uns verlassen haben. Es wäre schön, wissen wir, dass wir nicht Kinder spielen, mit einem Schmerz. Schmerz. Absolut. Die Schmerz, es könnte causen, wenn es zurückführt, ist unthinkbar. Die Leute beginnen zu hören, bevor die Reapers kamen. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit hatten, vielleicht hätte die Erde nicht. Ich bin sorry. Ich verstehe, wenn Sie nicht darüber sprechen wollen. Freut mich, dass Sie fragen. Die Frage bedeutet viel, Leora. Danke. Du bist willkommen. Und seitdem ich es vorher nicht erwähnt habe, ist es gut, wieder zurück zu sein, Shepard. Diese Monitore verfolgen mich, oder? Ah, ne, tun sie nicht. Manchmal tun sie das, glaube ich. Dieses Terminal enthält nonessentale Korrespondenten von deinen alliierten Forsten. Dr. Tassoni hat Ihnen Zugang. Ah. Farron, ich hoffe es ist Ihnen endlich gelungen, unserem Freund Droni nicht dazu zu bringen, in jedem Satz die Wörter Shadow und Broker zu sagen. Also ich lese das jetzt nicht extra durch, ne, ich überflieg das nur. Die Krankenstation ist noch ein bisschen leblos. Ohne Dr. Chuck was. Oh, für null Credits. Aber, ach, nur das erste Mal. Okay. Dann. Einmal. Biotischer Sturmangriff. Das muss. So. Radius. Kraft, Synergie. Barriere. Dann. Nova. Weil die Charge-Nova-Kombo ist eigentlich mit das Wichtigste. Über 15 Sekunden in das Auflade-Tempo aller Kräfte um 25%. Halb Nova. Was kommt danach? Aufrechterhalten. Staaten gebildet. Barrieren und gepanzerte Ziele um 100%. Pass auf, dann machen wir halb Nova. Und das. Und das. Und das ist die Meisterschaft. Ach, das bringt ja auch mehr... Ja genau, Reputationsbonus. Das brauchen wir ja so schon mal. Gewichtskapazität, guck mal. Gewichtskapazität? Hallo, brauchen wir. Wir haben einen, äh, äh, tragen immer eine eigene Service-Haria. Ist zwar nicht so schwer wie die Taifun, aber trotzdem. Schrotfittenschaden benutzen wir nicht. Also Kraftintensität. Und... Barriere. Schadensreduktion noch ein bisschen erhöhen. Fit nach Fitness haben wir jetzt nichts mehr. Aber... Wie weit geht denn das, wenn wir auf volle Fitness gehen? 80%. Wir haben 500 Gesundheit, 500 Barriere. Also bei Legion hatten wir schon Kraftfelder hier. Aber bei ihr hier nicht. Und hier vorne. Ich hab mich ja, was das hier für ein Terminal ist. Wie gerne hätte ich jetzt Gareth hier. Und wenn er nur ein paar Kalibrierungen durchführen würde. Aber ich glaub, das war schon alles, was wir brauchen. Oberte Systeme, wo kann wir denn mal hin? Kann wir überhaupt auch irgendwas schon machen? abgesehen von dem primärchen wo sie das artefakt beschaffen ich glaube wir fangen jetzt nicht mehr groß story an aber wir können ja gerade mal die mission schon mal machen so pass auf so hier sind glaube ich keine rieber das heißt wir können scan so hier war okay so viel dazu was gibt es noch watson marketenwerfer javelin das ist doch gut es gibt ein sternsystem das skepsis heißt so wenn dann ist wahrscheinlich hier noch okay hier mehr zu scannen wäre ein bisschen selbstmorderisch da müssen wir halt später noch mal hin so können wir das mit einem puls abdecken ja können wir treibstoff eigentlich total unnütz credits können wir brauchen haben wir nicht mega viel von ja viel auswahl haben wir ja nicht oh warte ich habe doch das aussehens pack gekauft oh gott ja sieht auch etwas das sieht halbwegs cool aus so service harrier stufe fünf ist damit noch ein bisschen leichter ähm 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 so ähm so das brauchst du stase wäre vielleicht gut james kriegt verstärkung und waffenmeister und waffenmeister Ich weiß nicht, dass sie sehr weit entfernt sind. Any andere intel? Wir denken, dass sie die Facilität benutzen und studieren Reapertech. Wir haben uns gefragt, wie Servers ist mit den Reapern, und das könnte uns ein paar Antworten geben. Wir sind auf. Findet was Servers macht, und hol mir irgendwelche Reapertech-Samples Sie, Commander. Hack es raus. Und damit willkommen auf Feuerstellung Gletscher. Ja, hier kann man... Stimmt, hier kann man ja noch in den Raum rein. Das haben sie dann im Multiplayer... Dann haben sie das ja zugemacht. Vielleicht kann irgendwer damit anfangen. Na komm. Zumal gibt es hier kein Friendly Fire. Hey! Wir springen mal hier drüber. Na komm. Er ist nie weggeflogen. Ja, ich hab die schon längst gefunden. Ich bin ja auch schon überall gewesen hier. Äh, 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 äh. Nichts da. Jetzt seien die ja schon an, Schütze zu bauen. Ähm... Die Schütze sind fies. Die Schütze sind fies. Es ist so, dass es ein Reapertech gewesen wäre, aber die Signatur ist neu für mich. Ähm... Ähm... Yara? Okay, das ist nutzlos. Das ist auch nutzlos. Das ist auch nutzlos. Um... So. Muss schon auf deine Schulter aufpassen. Hallo. Anze vielleicht. So. Hier. Nein, Liara! Ich hoffe auch. Oh, nee, kommen wir hier nicht raus. Auf die dunkle Seite. Also entweder reden wir von der dunklen Seite der Macht, oder das Shuttle ist so schnell, dass er... Auf welche dunkle Seite? Auf die dunkle Seite des Planeten? Auf die dunkle Seite des Mondes? Oder die wirklich die dunkle Seite der Macht? Weil wenn... Also entweder ist das Shuttle extrem schnell, oder dieser Planeten ist extrem klein. Hallo? Ah. Warte. Gab's hier nicht noch was? Hier war doch noch ein Reaper-Gerät. Ich nehm an, dass lassen wir einfach hier stehen. Okay. Kommander, wir haben unsere besten Enginheer zu schauen, um die Reaper-Gerät, die du von diesem Lab schaffst. Was Cerberus macht mit dem? Wir wissen noch nicht, aber was Cerberus ist auf zu, es kann nicht gut sein. Auch wenn wir nicht entscheiden, dass es der Grund ist, wir verabschieden ihre Erfahrungen verabschieden haben. Ich glaube, dass sie einfach die Schöne abstehen. Entstanden. Wir werden immer mit den Fakten gegen die Facilität verabschieden. Gut, Kommander. Da, das sieht doch schon besser aus. N7 Spezialeinsatz-Team 4875. Überhaupt nicht übertrieben. Hier, gesamte militärische Stärke, wenn ich 100% hätte und ich hab noch fast nix. Und ich weise darauf hin, mit dem Extended Cut braucht ihr für das beste Ende, also beziehungsweise damit ihr Zugriff auf alle besten Enden habt, 3100 Punkte. Und vor dem Extended Cut waren es, glaube ich, 5000. So, hallo. Tegel, geht in der Erfa Javelin. Hallo, wie wär's mit Forschungsdaten? Also, wie gesagt, wir brauchen eigentlich nicht so dringend War Assets. Ich muss auch sagen, ich find das ein bisschen OP. Ich könnte das vielleicht mit einem Safe-Gebiet die Tour rausnehmen, aber... Ja, und dann haben wir auch eine Flüchtlingskrise in Mass Effect 3. Okay, aber dann würde ich sagen, das war's auch für heute mit Let's Play Mass Effect 3. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.